So, hier haben wir jetzt die Begrifflichkeiten diskret und stetige Werte. Also, in dem Fall bedeutet, dass ein Merkmal in einem bestimmten Bereich keine weiteren Zwischenwerte annehmen kann. Als Beispiel wieder Anzahl der Kinder. Also, wenn ich 2 oder 3 nehme, das heißt hier dazwischen, trotzdem, dass ich noch genauer messe, gibt es dazwischen keine Werte. Also sind es diskrete Werte. Also, stetige Werte bedeutet, dass ein Merkmal in einem bestimmten Bereich beliebig viele weitere Werte haben kann. Als Beispiel Balken. Das heißt, mit dem Zollstock messe ich 40,1 cm. Jetzt kann ich die Messmethode natürlich beliebig sozusagen verfeinern und ich kriege beliebig viele Zwischenwerte. Das heißt also, in einem bestimmten Intervall habe ich beliebig viele Zwischenwerte dabei.